Hallo, heute in einer etwas anderen Kombination zu dritt. Ich verabschiede mich bald in die Babypause, wie unschwer zu erkennen ist. Und ich wollte euch gerne natürlich noch meine Nachfolgerin Tanja vorstellen. Sie wird weiterhin mit der Anna-Maria, unserer Lieblingshebamme, tolle Videos für euch drehen. Und da wünsche ich euch jetzt schon ganz viel Spaß dabei. Es wird sicherlich weiterhin sehr spannend bleiben. Und vielleicht, Tanja, erzählst du ganz kurz noch den Zuschauern, wer du bist. Sehr gerne, vielen Dank, liebe Nora. Ich bin die Tanja und ich habe zwei Kinder auch, zwei Töchter, eine neun Jahre alte und eine fünf Jahre alte Tochter. Und ich freue mich schon sehr, in deine großen Fußstapfen zu treten. Ja, du hast das ja wunderbar gemacht. Und ich freue mich sehr, mit der Anna-Maria zukünftig alles rund um das Thema Babys und Familienwertung euch vorstellen zu dürfen. Und natürlich auch Schwangerschaft. Ja, natürlich auch Schwangerschaft. Und ich freue mich schon sehr und ich hoffe, dass wir dich mal zu Gast haben werden. Ja, bestimmt. Also ich sage viel Spaß mit dem neuen BWTG.de Team und bis ganz bald. Ich freue mich schon sehr, mit dem neuen BWTG.de Team und bis zum nächsten Mal.